hallo typo3 community ich bin der stefan und ich möchte heute mal eine ganz kleine extension erstellen nichts mit xbase einfach nur mal so ein grundgerüst für eine extension versuchen wir danach wie man eine neue extension erstellt da haben wir auch schon die dokumentation da sind auch typos wie v8 hier haben wir hier kickstarting die extension und jetzt haben wir hier vier möglichkeiten wie wir eine typos wie extension erstellen können einmal vom scratch von grund auf jede datei selber anlegen ja eigentlich eine coole idee dass wir das auch mal machen zeit package bilder haben wir hier noch als auswahl gibt eine schöne seite kann man sich so ein zeit package zusammen klickern und es gibt natürlich den extension bilder das ist für mich hier komplett neu es gibt auch die möglichkeit der extension mithilfe von make erstellen das habe ich mir noch nie angeguckt gerade erst entdeckt gerade so von einer viertelstunde ich habe da einfach nur mal drüber gelesen ich habe das noch gar nicht ausprobiert und das würde ich einfach ganz gerne mal mit euch zusammen machen also ins leben und start das dazugehörige cli skript wenn du da schreibe ich habe meinen namen ein und ich nehme die excel jetzt einfach kars ja prima extension kira direkt vorgeschlagen gefällt mir übernehme ich ja irgendwie das f möchte ich gerne noch groß geschrieben haben das gefällt mir besser ich habe aktuell die typos wie person 11 hier ach kann hier mehrere eintragen auch cool kommers separated schön enter description list and show nice carous where should the extension be created ich hätte jetzt sowas erwartet wie type of the conf ext oder sowas okay ich habe da meine idee ich habe hier sowieso ein eigenes verzeichnis für extensions source extensions und dann packen wir die irgendwo da mit rein also source extensions war da noch irgendwas drüber nö source extensions may we add the basic service configuration for you ich glaube es geht hier um die depends injection services yaml ja soll man damit anlegen may we create interessant dass er hier no default vorschlägt no würde jetzt bedeuten dass wir die extension niemals irgendwie im ter veröffentlichen wollen das ist nämlich bedingung dass es eine ex dm conf gibt um eine extension irgendwann auch mal im ter zur verfügung zu machen also von daher wenn er irgendwann mal eine public extension machen wollte würde ich hier eher zu einem yes tendieren aber für eine lokale beispiel extension inzwischen lasse ich das jetzt hier auch auf no das war es schon ok genau und ich muss jetzt kann ich kann ich jetzt installieren mit stefan frömmchen cars dazu müsste er aber erst mal das verzeichnis kennen in unserem composer lassen wir mal gucken ob da auch was dazu steht ah nice da ist mir schon ein beispiel das kopieren wir uns auch direkt mal raus und packen das in unsere projektcomposer.json rein da haben wir schon kommen das sieht schon sehr ähnlich aus ja wenn es mit dem sternchen funktioniert probiert das auch mal aus so sternchen update einmal dass er die informationen also die änderung von dem repository jetzt erstmal in die composer log reinschreibt wenn ihr meine kommentare reinschreiben ob es auch einen besseren befehl für gibt ich mache halt immer update heißt es update mir aus bin gerade unsicher so jetzt müssten wir auch die information erstmal in der composer log haben das heißt jetzt können wir die extension installieren geht auch schon dabei wie das ist ja alles da copy paste und gutes also require stefan frömmchen cars def geil ach er hat hier direkt def main nicht master sondern direkt schon main das ist ja gut da bin ich mal gespannt was da jetzt schon alles in der extension drin hat das ging ja einfach wie lange hat das jetzt gedauert drei minuten wow ah der class ordner ist schon da nice konfiguration ah sorry die service jammel ja perfekte default konfiguration und haben sie auch schon ein bisschen was an express und domain modelle gedacht die excluded nice composer jason da ist die beschreibung sehr schön die lizenz haben sie auch direkt mit dran gedacht das würde ich immer noch ganz gerne updaten immer so auf die security features achten nicht nur so also 20 ist die letzte 11 erfassung die security technisch ok ist und dann die 12 1 1 so würde ich das machen was bemängelt er hier haben wir dann noch das security package mit dabei packen dass wir nicht irgendwelche packages installieren die security probleme haben auto loader ist auch schon da und ganz wichtig extension key ist hier auch schon gesetzt ja nice wow wow können wir die doch theoretisch schon installieren ab type qf ist hier schon installiert ne ready load erweiterung ja cool ist schon installiert das ging ja super easy einfach ja prima geiles tool also vielleicht werden wir mal über kurze lang mal so eine extension from scratch machen dann gehe ich noch mal auf die ganzen einzelnen klamotten drauf aber erst machen wir hiermit eine super schöne möglichkeit gefunden extensions sehr einfach zu erstellen ja prima und auf basis von dieser extension wollen wir mal im nächsten video mal eine user fangen also bis zum nächsten video